Was ist morgen? Morgen ist quasi das Rückspiel Deutschland gegen Argentinien. Deutschland reicht ein 0 zu 0, dann sind wir Weltmeister. Ja, und es wäre toll, wenn morgen alles so läuft wie im Finale, oder? Götze schießt das Siegtor und Christoph Kramer geht K.O. Dann haben wir ja eine neue Situation. Philipp Lahm ist ja nicht mehr Kapitän der Nationalmannschaft, sondern der neue Kapitän der Nationalmannschaft heißt Schweinsteiger, richtig. Bastian Schweinsteiger und Bastian Schweinsteiger war total gerührt, als Jogi Löw ankam und sagte, die allerletzte Rose ist für dich. Und Bastian Schweinsteiger war natürlich völlig außer sich und hat gefeiert. Na ja, jo, BVB, Hurensöhne, ist er durch die ganze Bude gerannt und wir sind sehr stolz, dass uns Philipp Lahm etwas geschickt hat. Und zwar hat Philipp Lahm zum Abschied uns hier, uns ist heute angekommen, seine Original-Kapitänsbinde geschickt. Wir haben sie hier nochmal für Sie als Andenken. Ja, und da bedanken wir uns natürlich recht herzlich. Also ich werde Sie immer in Ehren bewahren. Beim nächsten Promi-Fußballspiel werde ich Sie anziehen. Wunderschön. Vielen Dank, Philipp Lahm.